Lass das mal, lass das mal. Jetzt geht weg da. Lass das mal, lass das mal in die Nähe kommen, ich weiß dir das nicht, Papa. Dass ich auch schon damals so dürre Beine da habe. Der Akkoll, sie schleppt das Ding ab. Es kann gut sein, dass wenn sie auf der Straße Mäuse sind, dass sie das mit dem Ding verwechseln. Genau so spielen. Ich kann damit spazieren. Ich lebe mal hin, aber lass mich los. Ich gucke mal, sie bringt dir eben auch vorgabe. Drück mal drauf. Ich bin nicht zu schnell, weil ich es eh langsam. Ups. Auch nicht, gar keine Geräufe. Weil sie sonst lernt, dass bellen. Das soll sie ja nicht. Wunderbar, dass sie nicht bellen. Nein. Das heißt, wenn ich ein Miau mache, macht die irgendwann Miau? Und lernen sie nicht bellen, wenn die Leute reinpacken. Weil die darf bei uns nicht bellen. Ja, ich hab ja, ich hab mit dem Vermieter gesprochen. Es soll aber keine Beschwerden von Mietern kommen. Das heißt, wenn die dauerhaft bellt oder sowas, dann kommen automatisch dann die Beschwerden. Obwohl die, die die jetzt alle gesehen haben bisher, die so, oh süße Sock. Ja, aber die bleibt nicht immer so klein. Ich bin doch ein Eltern, da wird die auch schon mal passiert. So, wie lässt sich abhauen. Nicht verstecken. Das darf ich sehen. Wilde Hummel. Juhu. 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 Das ist ihr, das nimm ihr erst nicht gleich, sie gibt dir das nicht. Jetzt legt sie sich drauf, jetzt kommst du nicht mehr dran.